Hey Freunde, heute spiele ich mit ganz vielen Klonen von mir. Roblox, du hast aber den Hardcore-Modus, Freunde. Ich hole mir jetzt schnell den Schlüssel und dann mache ich mal die Tür auf. Hier sind ganz viele Klone von mir dabei. Oh Mann, aber mal schauen, ob die Babu... Achtung, das heißt! Mal gucken, ob die Babu-Banne mit den Klonen das hinkriegt hier. Bis zur Tür 100 zu kommen in Hardcore-Modus. Aber Freunde, passt auf, dass ihr nicht so wenig in die Bananenschalen reingeht. Und es hat geflackert, oder? Sucht euch einen Schrank, sucht euch einen Schrank, schnell! Boah, nein! Da ist jemand von mir... Nein, alle meine Babus sind tot! Alle meine Babus sind tot! Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich laufe jetzt schnell weiter! Oh, ich habe hier eine Kerze gefunden und... Hä, was ist das denn? Schaut mal an, hier backt das rum! Ich kann einfach in Eis reingucken und nichts passiert, Freunde. Nichts passiert. Eine Granate und ein Lockpick, Freunde. Ich habe das Lockpick, ich mache hier das auf. Und aufmachen. Ah, Jeff the Killer! Jeff the Killer und Granate werfen, Jeff the Killer! Und ich lasse dich in die Luft springen und boom! Nein, ich bin auch tot! Nein! Hey, Freunde! Jetzt machen wir es nochmal, ey! Wir spielen mit der ganzen Babu-Bande, mit den ganzen Babu-Klonen, spielen wir hier in Roadlock Stores. Schaut euch das mal an! Oh, Achtung, aufpassen! Liebe Babus, da vorne ist irgendwo ein Eis. Ey, das sieht so witzig aus mit dem... Nein, der Babu ist hingefallen! Der ist nochmal hingefallen! Nein, Jeff the Killer! Oh, schnell, alle dran vorbei! Alle dran vorbei! Schnell, 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 schnell dran vorbei! Schnell, 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 schnell dran vorbei! Dran vorbei! Freunde, wir dürfen... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell, komm, dran vorbei an Jeff the Killer! Oh, nein, Freunde! Ey, das ist der Roblox-Hardcore-Modus, ne? Achtung, Eis! Eis, ey, ich glaube, es sind schon... Ich glaube, die Hälfte der Babus ist schon wieder tot! Ich glaube... Hä, da ist noch ein Babu! Ey, hat er sich wiederbelebt? Nein, ich habe Schaden gekriegt! Nein, nochmal! Bananen! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann! Schnell, weiter, weiter, weiter! Ich habe in Eis reingeguckt! Schieeeesh! Jetzt kommt auch noch... Wash! Ab! Das ist nicht Wash, das ist was anderes! Ich gehe in den Schrank hier! Ab in den Schrank! Und? Hä, was war das denn? Ey, weiter geht's! Wir müssen den Schalter finden! Schnell, 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 schnell! Ich habe den Schalter gefunden, Freunde! Wir können weiter! Oh, und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, liebe Babus! Oh, ich glaube, ich bin nur noch mit einem Babu zusammen! Ein Babu-Klon und ich nur noch! Oh, weiter geht's! Hey, es flackert ja, Freunde! Weiter geht's! Hä? Oh, ich glaube, das war Dupe! Oh, ich glaube, jetzt müssen wir uns beeilen! Warum ist denn das so rot? Hä? Oh, nein, Eis! Oh, jetzt habe ich voll in Eis reingeguckt! Nein, Screeesh, ich bin tot! Ich bin tot! Da, Freunde! Neue Runde, neues Glück! Weiter geht's! Und da ist direkt wieder Eis am Start! Ich bin mal gespannt, wie lange meine Doppelgänger hier jetzt durchhalten! Oh, Mann, Freunde! Oh, das ist schon wieder Eis, Leute! Ich glaube, das ist die Runde, wo wir am häufigsten auf den Boden schauen müssen! Oh, ich habe reingeguckt! Ich habe reingeguckt, Freunde! Was war das denn? Die sind alle gestorben! Die ganze Babo-Bande ist gestorben, Freunde! Was? Oh, mein Gott! Hä? Hat das gerade geflackert oder bilde ich mir das ein? Das hat, glaube ich, nicht geflackert, oder? Nein! Was? Kommt da hin! Wo ist das? Soll ich denn jetzt in den Schrank? Ich bin tot! Ich bin schon wieder tot! Oh, Mann, Freunde! Aber jetzt müssen wir es wirklich, wirklich, wirklich bis Tür 30 schaffen! Wir müssen unbedingt Sieg erledigen! Grafmex ist an den falschen Schlüssel gestorben! Oh, nein! Aber wir müssen weiterlaufen! Ein Babo ist da irgendwie auf kamen! Oh, ich habe voll in Eis reingeschaut! Ja, moin! Voll in Eis reingeguckt, liebe Freunde! Noch mal in Eis reingeguckt! Ab in die Banane rein! Schön in Eis reingeguckt! Noch mal in die Banane! Ich habe nur noch ganz wenig Leben! Ich habe nur noch ganz wenig Leben! Ich werde direkt sterben! Wenn ich das nächste Mal in eine Banane reinlaufe, bin ich definitiv tot, liebe Freunde! Und jetzt überleben mal alle Babo-Klone und dann sterbe ich natürlich direkt! Ich weiß nicht, welche Tür jetzt richtig ist! Wir gehen einfach mal nach unten! Oh, ich höre einen Wasch! Ich höre einen Wasch! Ich gehe in die Tür der... Ich gehe in den Schrank da hinten! Oh, ich bin zu lange drin! Ich muss raus! Und wieder rein! Oh, und da kam ein roter Wasch! Oh nein, da ist schon wieder jemand tot! Und das Eis! Ich wäre beinahe gestorben, Freunde! Der Hardcore-Modus, der ist so hardcore! Selbst wir mit den ganzen Babos überleben die nicht! Ey! Ey, Babos geht vor! Liebe Freunde, Babos geht vor! Lauf weiter! Ey, er hat den Schlüssel gefunden, Alter! Dieser Babo hat einfach diesen Schlüssel gefunden! Babos geht vor! Geht vor, Babos! Schnell, lauf weiter! Oh nein, es ist dunkel! Oh, da ist eine Banane! Wenn ich da reinlaufe, bin ich tot, Freunde! Weiter geht's, liebe Freunde! Oh! Hey, das ist ja sogar eine Banane auf dem Tisch! Ey, wie lustig ist das denn? So, ich habe ein Bild in der Hand! Das lege ich mal hin! Und jetzt nehme ich das mit! Der Hardcore-Modus! Den können wir auch trollen! Oh, es flackert, es flackert, es flackert, es flackert, es flackert! Ich gehe weiter! Ich suche mir den Schrank hier hinten! Oh nein, Eis ist da! Ich gehe einfach runter! Ich gehe einfach runter! Hier ist Platz genug für alle! Oh nein, Freunde! Oh nein, Freunde! Ich weiß nicht, wo der Schalter ist! Ich habe den Schalter gefunden, Freunde! Wir können weiter! Oh, ich habe einen Squeech! Ey, beim Squeech sterbe ich! Wenn ein Squeech kommt, bin ich tot! Sag ich euch so, wie es ist! Ich habe nur noch ein Zentimeter Leben! Oh, Freunde! Ich habe die Tür gefunden! Da hinten ist noch mehr Leben! Das brauche ich unbedingt! Da sind noch die Barpus! Ey, wir sind nur noch drei Barpus, oder was? Oh, Mann! Extra Leben gesnackt, Freunde! Wir wollen noch auf jeden Fall den Seek-One erwischen, liebe Freunde! Den Seek-One, den müssen wir schaffen! Oh, Greed habe ich hier am Start! Ich habe ein Feuerzeug am Start! Oh nein, Freunde! Nein, ich bin tot! Greed hat mich gekillt! Oh nein! Greed hat mich gekillt! Okay, Freunde! Diesmal müssen wir das schaffen! Ich kaufe mir extra hier ein bisschen was! Ich gebe mein ganzes Geld aus! Schaut mal, wie viele Barpus wir sind! Aber jetzt geht es los, Freunde! Jetzt geht es richtig los! Wir geben Gas! Wir haben wie viele Barpus! Wir geben Gas! Sie geben richtig Gas! Die laufen alle vor mir! Das sieht so lustig aus! Das sieht so lustig aus, wenn die alle vor mir laufen! Ey, da ist jemand hingefallen! Schon wieder! Oh, Mann, Barpo! Mann, ey! Ey, da ist noch mal ein Barpo hingefallen! Oh mein Gott, ey! Ey, aber das ist richtig schwer! Das ist der Hardcore-Modus! Ich laufe zurück! Ich laufe zurück! Da hinten ist bestimmt irgendwo ein Schrank! Hier ist kein Schrank! Ich muss... Ich muss den Schrank nehmen! Oder? Da kommt er! Ich gehe in den Schrank! Schnell, 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 schnell! Nein! Da ist ein Barpo vor mir gestorben! Ich mache mir Licht an! Da ist auch noch ein Barpo gestorben! Hier sind überall tote Bar... Da ist noch ein toter Barpo! Oh, Mann! Ich glaube, wir haben schon wieder die Hälfte der Barpos verloren! Und da ist Eis! Das heißt, wir müssen auf den Boden gucken, Freunde! Oh, ich habe es irgendwo! Oh, da ist er! Oh, Mann! Das macht die Sache nicht einfacher! Welche Tür sind wir? Tür 8! Oh, perfekt! Danke, Barpo! Ey, ich glaube, wir sind nur noch vier Barpos! Und wir waren acht! Nein, ich habe in Eis reingeguckt! Ich habe voll in Eis reingeguckt! Nein! Da ist noch ein Barpo-Tod! Wir sind nur noch drei Barpos! Ey, da ist ein Barpo hingefallen, glaube ich! Ne, da ist noch einer! Oh, Mist! Weiter, 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 weiter! Wir müssen einen Schrank haben! Ich suche mir da hinten einen Schrank! Wir haben hier genug Schränke! Und schnell in den Schrank rein! Schnell in den Schrank rein! Schnell, 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 schnell! Ich glaube, da ist ein Barpo gestorben! Ne, der hat überlebt! Der hat überlebt! Jetzt geht es weiter, ey! Wir haben schon wieder einen Barpo verloren! Jetzt sind wir nur noch zu dritt! Aber, Freunde, wir müssen unbedingt bis zur Sieg kommen! Weil Sieg, der fährt nämlich jetzt auf dem Auto! Und das müssen wir unbedingt sehen! Oh, Achtung, Eis! Und Sieg ist ja schon bei Tür 30! Und wir sind jetzt schon bei Tür 17! Achtung! Freunde! Weit! Oh, nein! Es kommt ein Rush! Es kommt ein Rush! Nein! Was ist das? Ich bin tot! Ah! Okay, ich werde mich wiederbeleben, Freunde! Ich werde mich wiederbeleben! Für die Hashtag Barpo-Bande belebe ich mich wieder! Ich belebe mich wieder! Hundertprozentig! Ich bin an Crack gestorben! An Crack! Crack! Oder irgendwie sowas! Wiederbeleben! Ich habe mich wiederbelebt, Freunde! Da hinten ist mein... Welche Richtung müssen wir? Okay! Jerome! Nein! Der hat sogar Robux ausgegeben und ist gestorben! Aber mein Loot ist hier noch! Danke, danke! Oh, ich habe einen Squeech! Perfekt, Freunde! Wir müssen weiter! Wenn jetzt nochmal Figger kommt oder irgendwas, dann sind wir einfach tot! No is no fun! No is no fun! Ich gehe rein! Oh, da ist einer vorgelaufen! Okay! Tür 20! Ey! Neun Türen noch! Sieg müssen wir schaffen, Freunde! Sieg müssen wir schaffen! Habe ich einen Lockpick? Ich habe einen Lockpick, Freunde! Ich habe einen Lockpick und das werde ich einsetzen! Ohne zu zögern setze ich das ein! Oh nein! Da kommt ja ein Monster! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Aber das Ziel des Videos ist doch Sieg! Wir müssen Sieg finden, Mann! Wir müssen Sieg finden! Freunde, ich habe es euch versprochen! Wir machen... Oh, ich habe in Eis reingeguckt! Wir schaffen es bis zu Sieg! Oh! Hä? Der ist... Ey! Warum fallen die alle um? Wir müssen es bis zu Sieg schaffen! Und das schaffen wir auf jeden Fall! Wir sind die Barprobande! Ey! Der ist umgefallen! Der ist echt um... Oh! Ich gehe zurück und suche mich! Ah! Ich kann nicht zurückgehen! Gas! 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 Schnell! 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 Nach vorne! Nein! Nein! Nach vorne! Nach vorne! Nach vorne! Ab in den Schrank! Oh! Alter, das war letzte Sekunde! Nein! Da ist jemand neben mir gestorben! Es tut mir leid, Barpro! Ich habe dich nicht gesehen, sonst hätte ich dir den Schrank übergelassen! Ich habe dich nicht gesehen, sonst hätte ich dir den Schrank übergelassen! Ich habe nur noch die Hälfte des Lebens und wir sind erst bei Tür... Oh! Jeff the Killer! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich werde mich wieder beleben! Und wisst ihr was? Freunde, das mache ich gerne! Weil wir wollen bis Tür 30 kommen! Wir wollen Sieg besiegen! Wir wollen Sieg einfach besiegen, liebe Freunde! Und deswegen gehen wir Gas! Oh! Achtung! Es hat jemand auf Ehre den Schalter umgelegt! Weiter geht's! Weiter! Jeff the Killer ist da immer noch! Oh nein! Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch mit einem Barpro zusammen! Ich glaube Tür 10 ist die richtige! Tür 10 ist die richtige Barpro! Barpro, wir schaffen das! Bist du bereit, Barpro? Ich höre den Schlüssel! Ich habe den Schlüssel, Barpro! Wir machen weiter! Wir machen weiter! Bis es... Bis wir das Ende erreicht haben! Bis wir mindestens... Oh, es flackert! Barpro, es flackert! Such dir schon mal einen Schrank! Hä? Da kommt er! Und ab in den Schrank! Ab in den Schrank! Juhu! Weiter geht's, Barpro! Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren! Wir müssen weiter! Da hinten flackert's! Oh! Weiter geht's! Weiter geht's! Hier ist Eis! Pass auf! Pass auf! Pass auf, Barpro! Pass auf! Oh, da ist die Duke-Tür! Wir gehen aber hier weiter! Such dir einen Schrank, Barpro! Oder ein Bett! Da kommt er! Da kommt er! Schnell in den Schrank rein! Das war so knapp! Das war so knapp, sage ich dir! Bist du bereit, Barpro? Komm mit! Ah, hier ist Tür 19! Okay, wir brauchen den Schlüssel! Ey! Jetzt haben wir endlich den Schlüssel! Und Tür 20, Leute! Let's go! Weiter geht's! Und da vorne ist die... Da vorne ist die Kerze, Freunde! Tür 21! Wir haben es gleich geschafft! Wir sind gleich bei Tür 30! Freunde! Oh, nein! Such dir einen Schrank, Barpro! Such dir einen Schrank! Hä? Ich glaube, das war das... Ah, nee! Nee, nee! Achtung! Schnell in den Schrank! Nein, Barpro! Ich hoffe, du hast überlebt! Barpro lebt noch! Ah, perfekt! Jeff the Killer ist da! Achtung! Achtung! Jeff the Killer ist da! Ich lauf links rum, du laufst rechts rum! Okay? Nein! Ey, greif mich an! Ah, nee, das ist... Oh, nein, oh, nein! Oh, wir müssen das Rätsel lösen! Oh, Achtung! Wir müssen uns beeilen! Jeff the Killer ist hinter uns! Er killt uns ganz schnell! Nein! Ich wurde angegriffen! Ah, Jeff the Killer ist in die Banane rein! Wo ist er denn hin? Wo ist Jeff the Killer hin? Nein! Er ist hier! Oh, ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich! Ich stelle mich hier in die Ecke! Für die Banane! Nein! Lass mich doch in Ruhe, Jeff the Killer! Nein! Ich bin in die Banane rein! Und ich bin tot! Oh, Mann, ey! Aber wenn ihr sehen wollt, wie Seek jetzt in dem Super-Hardcore-Modus aussieht, dann schau dir jetzt unbedingt das Video auf der rechten Seite an! Ciao!